Ich bin Harry. Harry steckt eine Hoteliersfamilie aus Tirol, aus Innsbruck und wir betreiben seit 100 Jahren den Schwarzen Adlein in Innsbruck. Und nachdem das ein denkmalgeschütztes Gebäude ist, habe ich als vierte Generation hier den Weg zu einem neuen Produkt gefunden und das ist Harrys Home. München ist ein sehr guter Standort in ganz Europa. Es hat einen enormen Zuwächs in der Nächtigung, auch in den Zinnmann jetzt, deswegen sind wir froh, dass wir jetzt eröffnet haben, weil es kommen viele neue Eröffnungen. Aber wir haben auch einen, glaube ich, ganz interessanten Mikrostandort hier in Mosach, wo eben ein sehr toller Verkehrsknotenpunkt ist. Man kommt sowohl in die Innenstadt wie zum Flughafen, auch die Autobahn ist sehr nah. Also in der Innenarchitektur reden wir sehr viel mit. Wir, das ist auch meine Frau. Und zusammen mit der Innenarchitektur und dem Büro AG2, auch aus Innsbruck, die schon sehr viele Hotels eingerichtet hat, finden wir immer wieder neue Lösungen und sind mit dem auch wirklich sehr zufrieden. Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Glücks. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie immer Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram und natürlich abonniert uns. Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos für euch machen können.